Willkommen in diesem wunderschönen Porsche Cayenne Tiptronic S in schwarz mit folgender Ausstattung. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Luftfederung, Zentralverriegelung und Fernbedienung, ein CD-Radio mit Bluetooth-Freisprecher, elektrisch verstellbare und anklappbare Außenspiegel, vier Fensterheber, die automatische Klimaanlage, und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Das schöne Holzpaket Olive Hochglanz und die Lederausstattung in Sandbeige bereiten ein edles Interieur. Außen gibt es 18 Zoll Leichtmetallfähigen mit farbigen Radkappen, eine Dachreling in Alu-Optik, Türeinstiegsleisten aus Edelstahl und der Entfall der Montellbezeichnung hinten. Sie fahren besonders komfortabel durch die Luftfederung, das PASM, aktives Suspension Management, das Tiptronic S Automatikgetriebe und die Servolenkung Servotronic. Reiche Lederpolster in braun sorgen auf den Komfortsitzen für Bequemlichkeit. Die Sitz- und Lenkradheizung sorgt für Wohlbehagen. Die elektrische Heckklappe sorgt für einfaches Be- und Entladen. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Ihre Sicherheit steht in ABS, ESP und 6 Airbag parat. Xenon-Scheinwerfer, ein Reserverad-Notrad und die Nebellampen. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! 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 Musique Musique Untertitelung des ZDF, 2020